ARD Text im Auftrag von Funk Bruder, was ist mit dir? Ich sehe dich gerade gar nicht gut. Was ist los? Ach Bruder, mir geht es gar nicht gut in letzter Zeit. Wallah, ein bisschen finanzielle Probleme. Aber Bruder, ich habe Schulden. Ich bin extra hingelaufen, Bruder. Ich habe nicht mal Geld für Tank, Alter. Bruder, warum sagst du uns das nicht? Bruder, wir haben Freunde. Wir können offen miteinander sprechen. Bruder, wenn du Geld brauchst, sag das doch direkt. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Übertreib nicht. Ist nicht nötig. Ist nicht nötig, Bruder. Ist nicht nötig. Ist nicht nötig, Bruder. Hört mal auf, Jungs. Wir sind voreinander da. Wir sind Brüder, Mann. Stimmt, du musst uns das direkt sagen. Ich küsse eure Augen, wenn ihr nicht hier seid, Bruder. Das ist kein Problem. Bruder, was ich euch habe, ihr seid echt die Besten. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Jungs, ich muss auch weiter. Ich danke euch für alles. Bis dann, Bruder. Ciao, Bruder. Ciao, Bruder. Normal, Mann. Wir sind doch Freunde. Wir sind doch einander da. Was willst du machen? Was willst du machen? Das ist selbstverständlich. Manchmal hat man diese Phase. Ja, Bruder. Verstehst du, was ich meine? Die haben jetzt die Glase. Ich bin einfach... Warte, warte, warte. Hallo. Ja, was ist los? Du brauchst wieder Geld? Ich habe dir doch gestern schon Geld gegeben. Ja, wie viel brauchst du denn? Okay. Ja, okay, alles gut. Kriegst du heute Abend, ist okay. Ja, ich bin jetzt. Ja, ciao. Meine Freunde nerven mich mittlerweile. Weißt du das? Jeden Tag das Gleiche. Echt? Was wollen die denn? Die wollen immer Geld haben. Geld, Geld. Weißt du, das sind meine Freunde. Ich gebe denen gerne Geld. Weißt du, das ist kein Problem. Aber nicht jeden Tag. So nervt mich doch nicht. Ich habe doch hier gerade Geld. Verstehst du? Echt nett von dir, dass du das machst. Du bist sehr hilfbereit. Ja, das sind halt meine Freunde. Ich kann nichts machen. Ich bin halt so, weißt du. Ich bin halt so. Ja, dann bist du ja wenigstens finanziell gut abgesichert, ne? Und was verdienst du ca. im Monat, wenn ich so fragen darf? Weißt du, über Geld spricht man nicht. Und ich bin auch keine Person, die es nötig hat, mit Sachen zu fragen. Ich mag es nicht. Ja, das finde ich echt gut. Das ist eine echt gute Eigenschaft, dass du so bodenständig bist. Ja, danke dir. Auf jeden Fall, was ich gar nicht abhaben kann, sind Menschen, die andere Menschen zur Wahl stellen. Sowas geht gar nicht. Hey, was meinst du damit? Ja, zum Beispiel war ich vor kurzem bei Rolex, weißt du, und wollte mir eine Uhr holen. So, da kam der Verkäufer mir entgegen und hat mir einfach zwei Uhren angeboten. Zwei Uhren. Ey, zwei Uhren, ja? Eine goldene und eine silberne. Was siehst du? Und die waren beide schön. Die eine war gold und die andere war silber. Äh, okay. Ja, und da konnte ich mich am Ende natürlich nicht entscheiden und habe mir einfach beide geholt. Äh, okay, auch gut. Ja, weißt du, ich mag es halt nicht, ne? Ich finde, man sollte keinen Menschen zur Wahl stellen, weil das verwirrt einen manchmal, weißt du? Ja, wohl keine Arme im Kiffle. Musik Musik Bruder, keine Ahnung, was du schon gesagt hast, aber... Bruder, das ist nicht alles? Was macht keiner? Bruder, bei uns macht er auf Bro, keine Ahnung was, hier auf dicke Hose im Restaurant? Hier hast du... Ah, keine Ahnung, zähl einfach mal. Bruder, das guckst du mir auf jeden Fall nicht länger an. Nein, 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 chill, Bruder, chill, 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 chill. Wir regeln das später, wir regeln das später, Bruder. Wir regeln das später, komm. Ja, Bruder, was ist das für ein Mensch, ja? Kannst du mir das erklären? Bruder, keine Ahnung, was soll der Scheiß, der leiht sich hier von uns Geld und macht hier auf dicke Hose im Restaurant und sowas? Ja, ich weiß, ich weiß. Hat mit eure Klamotten an, sitzt da in krassen Restaurants und... Egal, Bruder, entspann dich, der kommt gleich. Der kommt gleich. Bruder, da ist der. Und? War schön gestern? Hat Spaß gemacht, ne? Hä, wovon redet ihr, Jungs? Was denn? Wie, was los? Bei uns machst du ja noch broke, leist von uns Geld, aber weil Mädchen schön auf reich machen, ne? Wovon redet ihr? Sakko, Masako, läuft bei dir mit Geldbatzen und gibst da aus und machst und tust. Was los mit dir, ja? Ja, Bruder, wir haben dich gesehen, wir haben dich gesehen, Bruder. Hey, haben mich gesehen? Ach, ihr meint, gestern im Restaurant mit diesen Mädchen, Jungs, frag mich doch erstmal, bevor ich mir so einkomme. Frag mich doch. Wallah, ich hab vergessen euch zu erzählen. Ich hab gestern ne kleine Rolle bekommen. Ne kleine Rolle, das war ein Konzert-Joppies. Ich sollte so der reiche Maka spielen, der reiche, weißt du? Die Leute haben mir Geld gegeben. Denkt ihr, das ist mein Geld? Wallah, verletzt mich nicht, Jungs, verletzt mich nicht. Verletzt mich nicht. Das war ne Rolle, Bruder. Die haben mir für diese Rolle 50 Euro gegeben. Wallah, wie redet ihr über mich, Jungs? Was macht ihr da, ja? Was chillt, mein Jungs? Wallah, ihr habt mein Herz gebrochen. Ihr seid meine Brüder seit Tag 1. Ich würd euch niemals anlügen. Versteht ihr, was ich meine? Bruder, warum macht ihr so was mit mir? Warum macht ihr so was mit mir, Jungs? Ich würd euch doch niemals anlügen. Bruder, entspann dich doch mal. Bruder, Bruder. Jungs, ich war mir geht's gar nicht gut. Bruder, alles gut. Wir glauben dir, Bruder. Denkt nicht so von mir. Alles gut, Bruder. Was brauchst du, Bruder? Bruder, mir geht's gar nicht gut. Ich hab nicht mal was zu essen, Bruder. Bruder, wir glauben dir. Alles gut, Bruder. Wir glauben dir, Bruder. Wir glauben dir, Bruder. Bruder, was ist los? Wir haben dir noch Geld gegeben, Bruder. Bruder, heute Lila, bitte Lila, Lila. Bruder, Bruder, hier. Bruder, du bist der Mensch. Bruder, ist alles gut? Bruder, ist alles gut? Bruder, du auch Lila. Bruder, du auch Lila. Ich liebe euch, Bruder. 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 Jungs, ich danke euch von herzlich. Ich muss jetzt auch wieder los. Okay, Bruder. Bruder, du bist der Beste. Ihr seid die Besten. Tschau, Bruder. Gott sei mit dir. Entja zu di什gerischee. Du bist immer ich. Nicht- ich lieber. Mach erhaliert mich. Bin sch breach. Bis zum nächsten Mal. Schreie ein wenig. Ja, mach er axe kann. Gottotle. kimime. Bruder, war das nicht schönes? Krass, Bruder, was war das für ein Auto? Hast du das gesehen? Und keine Ahnung, wie unterstützt du den? Was ist das denn, Bruder? Bruder, diesmal Backschmitte. Diesmal Backschmitte. So, wir gehen jetzt. Wie was sagen wir dich zu Ratte? Was macht ihr denn hier? Ja, bei uns machst du auch Broke, leist von uns Geld und hier mit einer dicken Karre, oder was? Das gibt es nicht, das ist nicht. Wen willst du hier fassen? Hey, warte, 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 warte. Das ist nicht mein Auto. Das gehört... Wen? Bruder, das gehört... Das ist nicht... Jetzt haben wir dich, komm mal. Nein, 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 nein. Übertreib mich! Lass ich mal einen anderen verarschen. Bruder, ich fand die Schuhe aber schon immer geil, ja? Das steht mir krass, oder? Ja, Mann. Die steht dir. Hey, Jungs! Really, Nigga? Du bist die so übertreiben. Hä? Was geht denn hier ab? Ach, das war nur Spaß. Das sind meine besten Freunde, weißt du. Das ist nur Späße zwischen uns. Letztens hab ich denen seine Klamotten genommen. Heute haben die von mir genommen, weißt du? Okay, lass wegfahren, ich hab keine Lust mehr. Ja, ist okay, steig ein, wir hauen jetzt ab, steig ein. Hey! Was machst du denn, ey? Hallo! Hallo! Hallo, heute wieder raus! Ey, mein Auto! Steig mal raus, ey! Hallo, mein Auto! Hey, mein Auto, steig mal raus, ey! Hallo, mein Auto! Hallo, mein Auto! Hey! Nein! Jonas bist du das? Steven? Ja, Bruder, ich bin's, Bruder! Ich bin's! Bruder, was ist los? Stimme auf! Bruder! Bruder! Steven, Bruder, gut, dass du da bist! Ey, Bruder, was brauchst du? Sag was, sag was! Ich schwör, ich mach alles für dich! Oh, Bruder, guck mich mal an! Ich muss gerade die Befahnen, Bruder, die haben alle Sachen gekriegen, alles, Bruder! Echt? Ehh? Filma, doch! Geld dazu, Geld! Ja, 4 Euro! Gibst du mir 4 Euro Euro, Bruder? Ja, gibst du mir das? Ja, Bruder, Stivin, du bist der Besser, Baby Stivin! Das wird ja immer voll annehmen. Das ist der Moment, wenn man am Drehen ist und sich dann währenddessen die Fans dahinter versammeln. Jo, 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 jo! Geil! So, Freunde, auf jeden Fall, jetzt wird weitergedreht und tja! So, ich glaube, ich komme hier nicht mehr... ... Ehh? Ehh? Hahahaha! Eskalation, ja? Ey, gib mal den zurück! Ähh? Ähh? Gib mal den zurück! Ey? Ähh? 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 Die Rassen übertrieben aus. 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 Die Rassen übertrieben aus.